Hallo, ich bin der Freundin mit den Alexa von StarTag. Wir sind jetzt ganz gleich von der Bar von H&M. Heute haben wir uns heute hier gekostet. Jetzt müssen wir uns hier die Schaubes an. Wir haben schon eine Zeit. Jetzt gibt es Einkaufsmenschen, die zuglassen, dass jeder hier nochmal einkauft kann. Ihr seht hier einfach drauf, die sich noch anstellen. Hier waren schon mit dabei beim Shopping Tool. Das ist unsere Shopping-Ausgabe. Weitere E-Fest werdet ihr heute auch auf StarTag sehen. Und ich freue mich, wenn ihr euch geht. Bis dann!